Jetzt sitzen wir hier drin, jetzt können wir nicht mehr zurück. Pssst, Mann, pssst. Entschuldigung. Nö. Ja. Wir diskutieren, wie immer, fleißig. Naja, jetzt nochmal. Geil Mann, geil Mann! Schöne Ostern! Geil! Geil! Das 108. Nordderby. Geil! Ich komme aus England zum Spiel. Was? Nie wollen wir in die zweite Liga. Ja! Wollen wir jetzt Mittag essen gehen? Nee, kein Hunger? Ich kann es nicht nachvollziehen. Können wir eine Runde Playstation spielen? Das wäre auch eine Idee vielleicht. Kann ich ja gar nicht. Ja, ich sag nochmal einmal was. Was auch immer du möchtest. Test 1, 2, 3. Ja. Und so weiter. Und so fort. Das hörte sich damals genau so an. Kann Anschluss gehen, ne? Anschluss. War gut. Ich sag nur eins. Haar Flänker. Ich liebe dich. Machen wir mal die Trauerbrötchen. Schon mal vorbereiten. Dortmund! Dortmund! 0,9! Nö. Ich habe das Spiel geliebt. Von vorne bis hinten. Weil. Ich habe sehr viel Bier getrunken. Ich habe eigentlich gar nichts vom Spiel gesehen. Wird ihr ehrlich in die Kamera sagen? Ne. Deine Mutter. Ja Mann! 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 Ich kann euch alle nicht leiden. Ja. Zweimal klatschen bitte. Danke. Und Schluss. Ne. Andere Seite. Da sieht das so aus, als ob sie so ein bisschen wegfliegen. Aber. Passt schon. Das machen wir nochmal? Nö. Wie das Montagsspiel im Weserstadion laufen wird, gar keine Frage. Das ist der vierte bei uns. Shit! Jetzt ist mir aber auch richtig. Boah! Mann, Mann, Mann! Aber, 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 Stottern wird zusammengeschrieben. Ja, quasi kommt nur. Ja. Ich muss mich auch mal konzentrieren. Ja, man neigt ja schnell dazu, große Fresse zu bekommen, also ich schaß jetzt auch noch zehnmal. Keine Frage. Hast du nicht gehört. Wir machen jetzt einfach mal weiter bei der nächsten Übung. Ansonsten auffällig ist noch, es ist arschkalt. Mir zumindest. Warte mal ganz kurz. Kleiner Auftritt hier mit der Jeans heute, ne? Noch zehn? Juhu! Ja, aktuell heißt der Werderchef, der Werderchef. Egal, egal, egal. Ich mach einfach in einem Rutsch durch. Ja, die Wormser, heißen die Wormser? Die Würmer. Das Pokalspiel den Worms ist nicht nur das erste Pflichtspiel der Saison, sondern ist auch überhaupt das erste Pflichtspiel, das Davy Klaasen ver... 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 verstreiten wird. Ja. 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 und dann ist das zuerst für Bremen. Ja. Wie geht das Spiel aus? 1-1. Äh... 2-1, wollte ich sagen. Super. Ich würde gern was sagen, aber es geht nicht. Wer stellt jetzt eine Frage? Florian Kohfeldt. Magst du scharf? Ich, nein. Ich bin zu schwarz dafür. War ich da? Nö. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll.